Musik Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu The Outlast, den 15. Port. Ja, heute werden wir mal das Rätsel weiterführen hier. Werden mal sehen, wo es uns hinbegibt. Ja, erstmal Batterie wechseln, ganz wichtig. Ja, gestern sind wir hier runtergefallen. Ich weiß nicht, ob wir das richtig gemacht haben. Ja, jetzt sieht es zumindest mal besser aus. Gestern sind wir hier gestorben. Ja, und wir brauchen Batterien. Hier ist zu. Wir müssen unbedingt Batterien finden. Ja, so. Und es gewittert. Muss hier raus. Woher muss hier raus? Wer ist die Frage? Ja, hier geht es nicht rein. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt unbedingt mal hier. Ich kann seinen Geist sehen. Gehen wir mal die Treppe hier hoch. Ja, hier geht es nicht weiter. Hier ist wieder eine Leiche. Was macht denn der da in der Ecke? Pinkelt der da in der Ecke oder was ist hier los? Ja, nehmen wir erstmal die Batterie auf. Komische Typen hier. Ja, hier kommen wir nicht durch. Hier hoch gehen können wir auch nicht weiter. Ja, wie gesagt, wir verbrauchen hier sehr, sehr viel Batterien, weil sonst sehen wir hier nichts mehr. Ja, irgendwo muss jetzt hier der Weg sein. Hier kommen wir nicht rein. Wo ist der Weg? Ja, hier drauf kommen wir auch nicht. Ja, Freunde, wo ist der Weg? Das ist vielleicht wieder hier runter. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, hier kommen wir wieder nicht rein. Hier ist was davor. Hier sind wir mal hergekommen. Also es kann nur hier vorne weiter gehen. Oder hier. Ja, hier ist leider eine Kette davor. Hier auch. Ja, das ist jetzt die Frage, wo geht es jetzt hier weiter? Ja, toll. Ja, toll. Ah. Aha! Okay. 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 Nein! Oh, die Scheißgefütter. Ja. Ja. Ja, und ich sehe ja nicht viel. Ich kann mich ja nur vortasten. Ah. Wie kommt denn der wieder her? Wo geht es hier lang? Wo geht es hier lang? Wo geht es hier lang? Sie sind überall... Ich weiß, dass die überall sind. Scheiße, und ich hab gleich keine Batterien mehr. Wo ist der? Wo ist der? Scheiße. Ja, das sieht nicht gut aus für uns. Wo komm ich jetzt hier lang? Wo komm ich hier durch? Gleich ist nämlich dunkel hier. Gleich sehen wir nichts mehr. Nein! 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 So, liebe Freunde. Ich sehe hier fast nichts. Wir müssen hier durch. Aber wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Nein! Nein! Ach Gott! Mr. Schweinebacke hängt uns schon wieder am Fersen. Ja, hier kommen wir nicht durch. Ja, hier kommen wir nicht durch. Warum auch immer. Ja, retten wir uns irgendwie. Ja. Ja. dass es nicht wahr ist. Das ist nicht wahr ist. Ah, nein. Das kann doch. Aha! Das sind doch Gas. Bullen. Und da hinten ist eine Türe. Müssen wir die irgendwie wegspringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Schloss dran. Das ist jetzt die Frage. Danke. Hier kann man nicht durch, wo ich auch zumindest denke, dass hier der Weg ist. Ja, kann man irgendwie hier vorne durchkommen. Ja, zumindest geht hier nichts runter. Doch hier. Aber hier ist wieder eine Kette drum rum. Verflickst doch mal. Na, das macht mich stützig hier. Ja. 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 Wir kommen ja nicht durch. Ja. Verdammt noch mal. Ah, ich sehe hier fast nichts. Da ist ein Licht. Kann man vielleicht hier durch? Ist vielleicht irgendwas zum Verstecken, aber mehr auch nicht. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier irgendwie was finden, was uns die Türe öffnet. Da gibt es hier irgendwo ein Loch. Ja, hier schätze ich mal, geht es nicht weiter. Hier ist schon wieder gestruppt. Es muss hier sein irgendwo. Wir müssen hier bestimmt irgendwo die Türe aufmachen. Ja, meine Patrice Lale. Das sieht nicht so gut aus hier für uns. Ja, aber wo ist der Fettsackel? Hallo, weißt du den Weg? Nein! Äh... Kannst du mir einen Schlüssel geben? Nein! Äh... Danke! Äh... Wo ist dieser Schlüssel? Schlüssel... Ah! Aha! Könnte... Aha! Aha! Das könnte es sein. Ah! Alles klar. Aber unsere Batterie ist trotzdem klein, alle. Hm... Nein! Oh! Ja, wo sind wir jetzt angekommen? In einem paar... Ah! Eine Batterie! Gibt's hier her! Danke! Nicht mal eine Waffe haben wir hier, dass wir uns verteidigen könnten. Ah... Nein! Ah! Das hab ich mich erschreckt! Ah! Nein! 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 Alter Schwede. Das war aber jetzt... Wahnsinn. Das Spiel, da werde ich keine 30. So, wo geht's jetzt lang? Geht's hier lang? Eine Suppe und eine Batterie. Wunderbar. So meine Lieben, warum müssen wir jetzt hier durch? Hier ist ein Fenster öffnen. Na, aber nur... Oh, ist denn das so schwer jetzt? Wer komme ich denn jetzt hier überhaupt rein? Ah, doch. Ach du Gott. So meine Lieben, werden wir erstmal dieses Part hier beenden. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wir begrüßen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es heißt Outlast. Das... Keine 30 Jahre altes Spiel. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Danny. Ciao, ciao und Dankeschön! Tschüi! ów eh... Ehhhh... ... ... Vielen Dank.